Cecilia Asoro und Evgeni Uelene sind endgültig getrennt. Vergangenes Jahr gingen sie gemeinsam durchs Leben, doch nun ist alles aus. In einem Instagram-Post verkündet Cecilia das Liebesaus. In einem Video tanzt sie unbeschwert und schreibt, wenn du verstehst, dass Weinen keinen Sinn mehr hat und ihm nun zeigst, was er für immer verloren hat. Auch in ihrer Story spricht sie offen über die Trennung. Ein Follower fragt, wie sie damit umgeht und sie gesteht, Die ersten Wochen habe ich nur geheult. Doch jetzt versucht sie hoffnungsvoll zu bleiben und konzentriert sich auf positive Gedanken, wie ihre Therapeutin geraten hat. Cecilia und Evgeni machten ihre Liebe Ende 2020 offiziell und führten seitdem eine Fernbeziehung. Allerdings war nicht die Entfernung das Problem, sondern ihre unterschiedlichen Love Languages. Cecilia scheint das Liebesaus jetzt hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Das ist die Entfernung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017